Darf ich anstimmen? Spürst du das? Sonne? Nein, die Geschichte. Schweigen. Immer dieses Schweigen nach meinen Sätzen. Eine Rechtskurve, die mag ich so gern, weil man da immer nach links fällt. Das liebe ich so sehr. Ich mag Hitze, ich mag die Mittagshitze gern. Wo fahren wir eigentlich hin? Oh Mann, ist das schön hier. Guck doch mal, wie langt es, Contessa. Welche Ausfahrt? Wir haben gerade die Orientierung verloren und schaffen es womöglich nicht mehr vor, denn wir haben es jetzt nur nach Griechenland. Wir sagen, wir wollen weg von hier und du sagst, nee, machen wir nicht. Was bist du für ein Mensch? Unberatmern eurosAkt man. Ich habe barbar invert, was amateurs gert�, Ich weiß gerade nicht mehr, nur bei dir fehlt, macht es 심 2000 mit 8. Chefen immer wieder gleich mal, 1.Bスachnoabschschlag. Ichdistopus. Koordinier.